Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Als Abonnenten-Special lese ich heute aus dem Werk Liberalismus von Ludwig Heinrich Edler von Mises aus dem Jahre 1927. Von Mises war ein österreichisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Theoretiker des klassischen Liberalismus und teilweise des Libertarismus. Als klassischer Liberalist weichen seine Ansichten zum Teil von den Meinigen ab, insbesondere wenn es um den Einfluss und die Rolle des Staates geht. Nichtsdestotrotz sind einige seiner Ausführungen auch für die heutige Zeit noch sehr zutreffend. Das Wort Liberalismus in seinem Text werden wir aber mit Libertarismus in Verbindung setzen. Für die Parteien der Dritten Internationale gibt es kein Mittel, das ihnen im Kampf für die Erreichung ihrer Ziele nicht erlaubt erscheint. Jeder, der nicht bedingungslos alle ihre Auffassungen als das Alleinige Richtige anerkennt und mit ihnen durch dick und dünn geht, ist nach ihrer Meinung dem Tode verfallen. Und sie zögern nicht, ihn und seine ganze Familie, die unmündigen Kinder mit eingeschlossen, zu vertilgen, wenn und wo sie dazu physisch die Möglichkeit haben. Das rückhaltlose Bekenntnis zur Vernichtung des Gegners und die Morde, die im Dienste dieser Taktik vollbracht wurden, haben eine Gegenbewegung ausgelöst. Den nicht-kommunistischen Gegnern des Liberalismus fiel es auf einmal wie Schuppen von den Augen. Sie hatten bis dahin geglaubt, dass man selbst in Kampfe mit dem verhassten Gegner gewisse Grundsätze des Liberalismus noch beachten müsse. Sie hatten, wenn auch widerwillig, Mord und Totschlag aus der Liste der Mittel des politischen Kampfes streichen müssen. Sie hatten sich in der Verfolgung gegnerischer Schriften und in der Unterdrückung des gesprochenen Wortes vielen Beschränkungen unterwerfen müssen. Nun, auf einmal sahen sie, dass Gegner aufgestanden waren, die diese Rücksicht nicht kannten, denen jedes Mittel gut genug war, um den Widersacher zu bekämpfen. Die militaristischen und nationalistischen Gegner der Dritten Internationale fühlten, sich von dem Liberalismus hintergangen. Der Liberalismus, meinten sie, sei ihnen in den Arm gefallen, als sie, solange es noch möglich war, zum Streiche gegen die revolutionären Parteien ausholen wollten. Hätte sie nicht der Liberalismus daran gehindert, so hätten sie, meinen sie, die revolutionären Bestrebungen und Keime blutig erstickt. Wäre ihnen schon vor Jahren der Gedanke gekommen, dass es zulässig sei, rücksichtslos jeden Versuch revolutionärer Bewegung niederzuwerfen, so hätte es niemals zu den Erfolgen kommen können, die die Dritte Internationale seit 1917 erzielt hat. Denn sie meinen, dass, wenn es schon auf das Schießen und Fechten ankommt, sie selbst die zielsichereren Schützen und gewandteren Fechter wären. Die Grundidee dieser Bewegung ist die, dass sie sich im Kampfe gegen die Dritte Internationale derselben Mittel bedienen wollen, die die Dritte Internationale im Kampfe gegen ihre Gegner bedenkenlos verwendet. Dass sie sich dabei nicht so ganz von der Rücksichtsnahme auf gewisse liberale Vorstellungen und Ideen und gewisse Moralvorschriften freizumachen verstehen, ist nur darauf zurückzuführen, dass sie doch unter Völkern wirken, bei denen man die Erinnerung an einige Jahrtausende Kulturentwicklungen nicht mit einem Schlag ausrotten kann. Dieser Unterschied bewirkt, dass der Faschismus sich niemals in einer solchen Weise von der Macht der Ideen des Liberalismus zu befreien vermögen wird, wie es die Bolschewiken in Russland vermocht haben. Die Taten der Faschisten und der ihnen entsprechenden anderen Parteien waren Reflex- und Affekthandlung, hervorgerufen durch die Empörung über die Taten der Bolschewiken und Kommunisten. Es gibt genug Menschen, die das Vorgehen der Faschisten billigen, weil die faschistischen Parteien, mag ihr wirtschaftspolitisches Programm auch durchaus antiliberal und ihre Politik auch durchaus interventionistisch sein, weit davon entfernt sind, jene Sinn- und hemmungslose Zerstörungspolitik zu betreiben, die die Kommunisten zu den ärgsten Feinden der menschlichen Zivilisation stempelt. Es gibt wieder andere, die voller Erkenntnis der Übel, die die faschistische Wirtschaftspolitik mit sich bringt, den Faschismus im Vergleich mit dem Bolschewismus und dem Sowjetismus zumindest als das kleinere Übel ansehen. Doch die Mehrzahl seiner offenen und versteckten Anhänger und Bewunderer schätzt an ihm gerade das gewaltsame Auftreten. Nun ist ja auch nicht zu bestreiten, dass man sich gegen gewaltsame Angriffe nicht anders als mit Gewalt zur Wehr setzen kann. Gegen die Waffen der Bolschewiken müssen wieder Waffen gebraucht werden und es wäre verfehlt, Mördern gegenüber Schwäche zu zeigen. Das haben auch die Liberalen nie in Abrede gestellt. Was die liberale Taktik von den Faschistischen scheidet, ist nicht die Auffassung über die Notwendigkeit bewaffneten Angreifern mit dem Waffen Widerstand zu leisten, sondern die grundsätzliche Einschätzung der Rolle, die der Gewalt im Machtkampf zukommt. Die große Gefahr, die von Seite des Faschismus in der Innenpolitik droht, liegt dem in ihnen erfüllenden Glauben an die durchschlagende Wirkung der Gewalt. Man müsse, um sicheren Erfolg zu ernten, durchgedrungen von dem Willen zum Siege stets gewaltsam vorgehen, ist sein oberster Grundsatz. Wie aber, wenn auch der Gegner gleichfalls von dem Willen zu Siegen beseelt, ebenso gewaltsam auftritt. Dann kommt es zum Kampf, zum Bürgerkrieg. Schließlich und endlich werden aus solchen Kämpfen die Anzahl und Stärkeren als Sieger hervorgehen. Auf die Dauer wird es einer Minderzahl und bestehe sie auch aus den Tüchtigeren und Tatkräftigeren kaum gelingen können, sich der Überzahl zu erwehren. Die entscheidende Frage bleibt also stets die, wie verschafft man seiner eigenen Partei die Mehrheit. Das aber ist eine rein geistige Angelegenheit. Das kann nur mit dem Waffen des Geistes nie durch Gewalt erreicht werden. Bloßer Gebrauch gewaltsamer Unterdrückungsmethoden ist der ungeeigneteste Weg, um der eigenen Sache Anhänger zuzuführen. Die rohe, das heißt nicht durch geistige Argumente von der öffentlichen Meinung gerechtfertigte Anwendung von Gewalt, führt nur den, die man so bekämpfen will, neue Freunde zu. In dem Kampf der Gewalt mit der Idee siegt immer die Idee. Wollte der Faschismus den Sozialismus wirklich bekämpfen, dann müsste er ihm mit Ideen entgegentreten. Es gibt aber nur eine Idee, die man dem Sozialismus wirksam entgegenstellen kann. Die des Liberalismus. Die gewaltsame Unterdrückung ist immer das Eingeständnis der Unfähigkeit, mit den besseren, weil allein den Erfolg versprechenden Waffen des Geistes anzutreten. Das ist der Grundfelder, an dem der Faschismus krankt und an dem er schließlich zugrunde gehen wird. Über den endlichen Ausgang der Kämpfe aber wird nicht durch Waffen, sondern durch Ideen entschieden werden. Die Ideen sind es, die die Menschen zu Kampfgruppen formieren und ihnen die Waffen in die Hand drücken, die Ideen bestimmen gegen wen und für wen von den Waffen Gebrauch gemacht werden. Sie allein und nicht die Waffen geben in letzter Linie den Ausschlag. Die Ideen sind es, die die Menschen zu haben. Die Ideen sind es, die Menschen zu haben. Die Ideen sind es, die Menschen zu haben. Bis zum nächsten Mal.